Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 13. Januar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 941. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. DPD, IKEA Smart Home, Bonuszahlungen, Hashtag, Ankündigungen und IE300. Zuerst DPD. Nachdem jetzt, in Anführungsschlusszeichen, endlich der Brexit in Kraft getreten ist, hat DPD die ganzen Lieferungen in Richtung Europa und Irland gestoppt. Der Grund ist, weil rund 20% der aktuellen Versende wieder zurückgehen müssen wegen unvollständigen Daten. Man kennt das, wenn man in der Schweiz wohnt und Pakete aus der EU bekommt. Ein Graus und eine mühsame Geschichte. Deshalb legt DPD bis nächste Woche, also Mitte nächster Woche, eine kleine Pause ein und überlegt sich, wie man das besser, einfacher und halt einfach machen kann. Wer also ein Paket aus England erwartet, was per DPD ausgeliefert wird, der darf sich ein bisschen gedulden. Nicht mehr gedulden muss man sich, wenn man das IKEA Smart Home System nutzt und da den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang mit einrechnen möchte in einzelne Aktionen, einzelne Workflows etc. Das kann nämlich jetzt mit einem Gateway Update auf die neueste Version plus ein Update der App dazu, der IKEA Home Smart, ehemalig Strat-Free App. Mit der kann man, wie gesagt, jetzt die ganzen Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge als mögliche Faktoren in seinem Smart Home mit einbinden. Weiter geht's mit Bonuszahlungen. Die sind ja nicht immer ganz so zielführend, also zumindest für diejenigen, die sie erwirtschaften, natürlich sehr, sehr lohnend. Aber Apple hat sich da jetzt was Neues gewagt. Anscheinend will man zukünftig die Bonuszahlungen nicht mehr anhand von finanziellen Steigerungen, von Umsatz oder Gewinn etc. orientieren, was gewisse Manager immer wieder mal in falsche Entscheidungen treffen lässt. Ne, Apple kehrt das um. Man muss besonders gut etwas für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit etc. tun. Dann geht es auf mit dem Bonus oder nach oben. Wenn das wirklich so kommt, finde ich toll, wenn das Apple so macht und da auch wieder mal Vorreiter ist für diverse anderen Firmen und Banken und Versicherungen und was es da noch alles so gibt. Ja, bei YouTube gibt es jetzt neue Seiten für Hashtags. Man hat es vielleicht schon mal gesehen unterhalb des Videos, die einzelnen Hashtags, die da mit drin sind. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Bei mir kommt da immer nur die Ortschaft mit rein. Und die Hashtags, die werden jetzt eben, wie gesagt, anklickbar und dann kann man das Ganze, ja, sieht man Videos, die den eigenen Hashtag benutzen. Gadgets und zum Beispiel, was ich da immer wieder mal nutze. Dann gibt es noch ein kleines Interview oder gab es ein kleines Interview mit Tim Cook. Der hat erzählt am CBS This Morning, dass es morgen, also besser gesagt heute, es ist schon viertel nach zwölf, eine neue Ankündigung von Apple geben werde. Und er hat aber auch gleich gesagt, dass es nicht im Bereich des neuen Produktes ist, also wir werden nicht die AirTags sehen oder sonst irgendetwas. Es wird was anderes sein. Da dürfen wir wirklich gespannt sein. Apple hat ja mit iOS 14 die Anti-Tracking-Geschichte aktiviert, wollte es eigentlich im Oktober tun, hat es dann aber aufgeschoben auf Anfang diesen Jahres. Und das könnte jetzt eben so weit sein mit dem, dass sie ja schon die ganzen Geschichten aufgestellt haben im App Store, wo man sieht, welche Messenger oder generell welche Apps, welche Daten von euch fressen und sammeln. Könnte da jetzt der nächste Schritt kommen, dass da in die Richtung was kommt. Wir dürfen es gespannt sein. Und ihr werdet es auf jeden Fall dann auch am nächsten Tag, respektive dann übermorgen oder im Morgen besser gesagt, im Podcatcher eurer Wahl haben mit der Daily-Folge her. Zu guter Letzt habe ich noch eine CES-News von Sennheiser. Die haben den IE 300 vorgestellt. Das hat nichts mit dem Zug zu tun. Das ist ein In-Ear-Kopfhörer mit dem professionellen Bühnen-Monitor-Hörer-Design. Schaut es euch mal an. Ich freue mich und hoffe, dass ich die nächstens mal anschauen kann und bin da sehr gespannt, wie die klingen. Die Versprechungen zumindest sind schon gross und deshalb bin ich sehr, sehr neugierig auf die. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Euch noch einen schönen und vor allem auch einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.